Annehmen Oh mal 4 von 10, ich hab schon langsam angenommen Nein, 10 von 10 Und Zelda spielt noch den zweiten Durchlauf ohne Hast du schon angefangen? Ja, ein bisschen Hat zwar keinen Sinn, nur weil du ein bisschen anders aussiehst, aber Ja, mit dem Gewand, das nur der kluge und taugliche sehen kann Wird's geil Oh, ich soll den Schlafanzug zu nennen Ja, ist cool, dass man auch so rumrennen kann, mal Also an sich so ein Zelda-Spiel mit zwei Durchlaufen gibt's eigentlich selten Also wo es auch mal, naja, speziell sag ich mal Hey, Modus könntest du schon von Anfang an reinmachen Das finde ich eh schlimm Gab's bei Twilight Princess eine rote Rüstung? Single Draft Oh, ich hab vorhin, vorhin hab ich das gesagt, ja Vorhin Ja, ja, vorhin, vorhin Guck mal Letztes Spiel war einzige Möglichkeit Oh, lass mal Doom-Alchemist-Kombo machen Ah Oder der Ey, ich find ihn endlich nicht so kacker Erstmal noch umdrücken, bevor wir vergehen Guten Abend Ach, mein ist schon draußen Ich hab dir auch Zitronensaft gekauft Heiß und geil 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 Hallo, kannst du aus rausgehen? Danke Du weißt, dass ich das nicht rausschneiden werde Oh, ist mir egal Wen nehm ich'n? Nicht, dass du wieder aufregst Wieso wieder aufregen? Na, wie ein Terrarier Was war ein Terrarier? Hau auf ihn noch mal, muss ich extra ja die 1h Aufnahme gucken, wo du gemacht hast Lü, ich hab gesagt, oh, ist mir egal Ne, ist dir nicht egal gewesen Ah, okay So wird es mir doch scheiße Wann noch was? Oh ja, hab ich Dominom Wer bist du? Ich bin auch nicht im Master Eigentlich wollte ich Wittstockdor nehmen Aber Wer ist der Supporter? Wann ja, ey Ich find ihn eigentlich nicht so schlecht, den Wittstockdor Ich muss übrigens kacken Ich find, dass ich noch eine Aufnahme gestartet habe Du wirst die größte Geräte Hm Ich glaub, danach werden wir erstmal was zu essen Erstmal ein bisschen Ludeln wieder Geil Wieder so viel Ludeln machen, dass ich das überhaupt nicht schaffen werde Also, wie immer Äh Ja Ah, aber zwei dünner Schäufe Ah Ich nicht Ich schaff zwei Döner speziell Mit Schlimmisch schaffen manchmal nicht mal einen Döner Ne, das ist schlecht Ah, ich weiß Also, eins schaff ich immer Der Zweite, der nagt manchmal schon an meinen Nerven Weil der Anfang ist immer so Ah, eins schaffst du? Dann siehst du schon den Zweiten Hast du erstmal Hunger? Aber wenn du dreimal Renni bisschen hast oder so Oder du weißt nicht schon ein bisschen, was du essen hast Dann kriegst du meistens schon einen Kotzen Weil er einfach schon ein Zweiter ist Ja Und du ziehst es trotzdem durch Ja, ich ziehe es trotzdem durch, ja, das sieht man auch Was soll das heißen? Willst du einfach sagen, dass du dick bist? Äh, ich trainiere jeden Tag, das sind einfach meine Fettmuskeln Ja Du trainierst zu viel, ja Schlauert schon alles Oh, die haben einen Baum Oh nein Oh nein, Cheater haben sie Cheater Nen Sag dir der Cheater Ey, ich bin kein Cheater Jetzt ist das gut Du willst die Gegner haben, das scheiße Baum hat mich gerade besucht Er kam Geht wieder weg Ah Er schlägt mich erstmal Und kriegt mehr auf die Fresse als ich Guck mal Oh Oh, Baum Er läuft weg Wieder hin Wieder hin, wieder weg Es wird schlecht Tut mir leid, gerade Ah, wo bist du? Wo bist du überhaupt? Ah, du? Sucht mir gerade einen Creep aus Aber wenn ich Baum einmal schlägt, dann schlägt der mich Ja Mann, er ist doch behindert Aber hab mir jetzt einen Creep ausgesucht Ja Erstes Blut Ich habe dich verletzt Aber ich verletze dich Ich verletze dich Ich verletze dich Was ist dein Schritt? Kein Leichnam in der Nähe Leichnam? Alter Ich hab mir den Creep geholt Der fängt an Der Creep gibt echt fast 60 Gold Ah Witzgeil Ich mag den eigentlich doch Ah, nur wenn ich den hab Nicht wenn die Gegner den haben Ah Hm Hm Ja Oh, Baum stirbt Ich weiß Wie lange halten die Viecher? Hm Wie ist es lange? Wie schauen an die? 24 Äh, jetzt klar Stärke halt du Ach, oh, Mann, bin ich bescheuert Ja, wieso? Das ist doch dein grünes Zeug Ah Gerade stand ich die NZ davor so Erstmal warten bis es weg ist Hehehe Klasse Baum stirbt Oh, so scheiße Wies Level ist der? 2 Oh, wat Er muss Level 6 sein Ich mach das um Geld zu kriegen Ja Ich hab das Geld Ding gemacht Und das hier Oh, jo was du wirst. Trotzdem kannst du angreifen, natürlich. Oder nur stehen. Wenn wir euch halten. Ja, glaub ich dir. Oh, ich hab keine Mana mehr. Hast du einen Mana-Boot? Also ich hab keinen Mana-Boot. Weil ich kriege auch keinen Mana-Boot. Aber ich kriege eigentlich einen Phasen-Boot. Aber den nehm ich mir nicht. Ich find den cool. Ich weiß nicht. Deine mittlere Tauere ist unter Attacken. Schau dir. Hast du ihn schonmal? Ja, öfters. Weil ich ihn eigentlich ganz cool fand. Ah, ich hab nur verloren. Ha, ha, ha. Der hat ihn echt gestillt, ne? Das wird passieren. Oh, ha. Du hast ihn! Gehen gerade alle Creeps. Ah, läuft doch. Scheiße. Okay, wenn ich einen Creep esse, der keine Skills hat. Dann müssen wir halt. Ne, ich werde nicht halt, aber mein... Ich krieg einfach das Geld dafür, für den Creep. Ah, das ist süß. Lass man das auf C legen. Oh, okay. Oh, erst mal eine Minute warten, bis ich es nochmal benutzen kann. Oh, okay. Jetzt kommen wir. Oh, okay. Ich glaube, Alchem ist doch der Einzige, den ich wirklich gezielt auf Lasted setze. Nur wegen dem Geld immer. Ein anderer auch nicht. Guten Abend. Oh, ich habe keinen Schaden. Wie fährst du? 73. Oh, ich habe eigentlich doch Schaden. 73? Ich habe 60. Oh, das war kacke. Wer ist denn das? Ach, Miloana. Ich kann mich fragen, wer der ässliche Vieh ist. Oh, warum ist er? Warte, mal weg. Ja. Das hat wirklich funktioniert. Er hat wahrscheinlich mit seinen Freunden geredet. Stehen hier ja alle auf Karum. Erstmal einen Baumkofen. Äh, erstmal einen Schuchkofen. Also hier ist schon den Phasenboot. Äh, vergießt. Ey, du kriegst eine Aura durch mich. Ja. Besseres habe ich gerade nicht gewonnen. Plus vier. Ja. Und Besseres habe ich nicht gewonnen. Es war Mangelware hier, gute Creeps zu kriegen. Hm, die sind unsichtbar. Werden sie bestimmt ausnutzen. Indem sie nichts machen. Hahaha. Kann sie festhalten? Baumkofen fusteln. Aua. Ah. Dann solltest du weggehen. Ich bin tot. Ich habe Geld bekommen. Kämpft in der Zone, bitte. Scheiße. Mach sein Kienge. Kann ich einen Baum essen? Scheiße. Hahaha. Ich mache gerade alle Ehe zu Mama. Haha. Läupte. Bist du sterben? Ne. Nö, ich bin doch nicht hier. Hahaha. War nur Panisch. Scheiße. Oh, Leid. Ah. Wieso? Der Ohr. Hahaha. Ist doch nicht schlimm, du brauchst die Last jetzt mehr als ich. Du hast mich gebraucht. Stopp. Was ist böse ist im Busch? Oh. Immer. Und bloß Angriffstempo. Mein Leben ist besser. Die hat mich noch nie mit dem Dolch wirklich ernsthaft getroffen. Oh, die wittert irgendwie nicht. Die will überlastet zusammen, wenn man vorher kein Schauen macht. Haha. Welches Level bist du? Gleich sechs. Oh, mit dem Jungle und gleichzeitig bei dir sind und hat so seine Vorteile. Sechs. Ich bin fünfeinhalb. Ich habe einen Cheater. Hahaha. Jetzt finde ich den gut wieder. Hahaha. Jetzt ringe ich mich auch nicht auf. Hey, du machst mich spüren. Ähm. Ähm. Mal auf Kasein. Oh, komm gleich auf. Oh, erst mal den Kurier aufwerten. Und wie mehr da fehlt? Das macht nichts. Okay. Doch, wenn der Pfeil trifft, dann ist man tot. Wenn da noch andere dabei sind. Kann ich dich? Das hängen, King? Ich dachte, das wäre ein Nix-Assassin vorhin. Ja. Das hängen, King. Ich kriege gar keinen Stock. Ich habe aber zwei Iron-Branches. Das wieder mal. Oh, Pink, komm. Äh, Pink ist, äh, da. Oh, hallo. Sie trifft mich nicht mit dem Pfeil. Dich mit dem Pfeil um die Ecke bieger. Ja, das ist auch der richtige Pfeil. Oh, hallo. Oh, da. Sie ist Level 6. Kacke. Ich dachte, wer acht, die war in der Mitte. Auf der Street. Äh, Haus. Die macht Pfeil. Für ein Leben. Äh, macht sie nicht. Weil die weggegangen ist, hat die in der Mitte echt die Tobi gemacht. Läuft er. Oh, das ist gut für. Du kriegst jetzt Angriffstempo dazu. Ja, ist aber gut. Ja, ich mach das Bild wieder weg. Oh, guck mal hier, Miwana. Du bist noch nicht schnell. Oh, wat? Ich lauf weg. Der Fasenwurz. Brauch nix. Wer macht denn den Ulti? Nee. Voll. Ach, du hast den Ulti. Ja, natürlich, ja. Die haben vorgekommelt. Ich hab nur kein Mana. Mana. Hm, 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 hm. Wie ich einfach schon wieder meine Ulti hab. Wie ich einfach mal nicht mehr meine Ulti hab. Oh, die hat mich echt mit einem Criti getroffen. Bist du tot? Nee. Nee, nee. Noch nicht ganz. Haha. Ich hab noch alle meine Bäume. Und sehr viel Geduld. Oh, ich hab Doom. Ah, das ist gut. Ich hab einfach Urschgeld. Doom. Die Neid. Ja, die Neid. Echt. Dafür stoppt er. Das stimmt ja, man kann ja da auf dem Dom gehen, wa? Jo. Ich kann ihn tanken, glaube ich, sogar. Pass auf. Bist du blöd? Oh, hallo. Oh, hallo, Ex. 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 Ah, ne, Ex ist schon stark. Kannst du was? Oh, hallo, ich hab noch einen Baum essen? Doom. 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 Ich hab keinen Doom, hab ich gerade gemerkt. Äh. Uh. Uh. Nein. Uah. Ist zurückgelaufen. Ich kann zur Seite gehen. Ne, ne, ne. Der Pfeil kam mir die ganze Zeit hinterher. Ne, ne. Scheiße, will so. Oh, ich dachte schon, Drollranger wäre böse, ey. Oh, da kam der Pfeil. Oh, guck mal, die jetzt ist. Ah, wie dunkel es auf einmal draußen wird. Du hast wahrscheinlich wieder in der Chalosien unten. Hab die immer unten. Und diesmal sogar kein Licht an. Ich bin einfach übelst langsam. Oh, da kommen echt alle. Oh, da kommen echt alle. Hey. Hey. Oh, du hast noch erlebt. Natürlich, ich bin voll. Hab dich eigentlich schon aufgeben. Ja, das glaube ich dir. Das ist immer so, oh, da kommen alle. Ah, hm, er ist tot. Guten Abend. Mich sollte man nicht unterschätzen. Na, ha, ha. Okay, okay. Ich hab schon gleich einen Arm reif. Ah, der Turm ist sogar oben weg. Ich bleib trotzdem noch ein bisschen. Guck mal, was willst du, die ich hab? Ich bin nur zehn gerade. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Pass auf. Ist das meine Bewegung? Dann guck dir gar nicht zu. Jetzt sterb ich dadurch, ey. Oh, okay. Oh. Ich lebe wie willst. Gucken die wieder zu dir. Scheiße. Ich mach den jetzt. Oh. Der bleibt nicht stehen. Er bleibt echt in seiner Wolke. Vielleicht. Was soll ich mit dem? Oha. Ich hab die fast kill damit. Er bleibt einfach stehen. Ich kann auch meinen Drang nehmen sollen. Und mich selbst explodieren lassen sollen. Ich hab diesen hässlichen Heilzauber. Wo ich 15 HP heile. Ist doch geil. Ich weiß. Dadurch hab ich noch ne manere Generation von zwei. Oh, das ist noch ne Aura. Ich bin... Ich bin der Maiden. Und ich bin gleich wieder voll da durch. Ah, da ist er. Der Cheater-Armreif. Wenn der Mutter raucht. Ah. Oh, scheiße. Wann das, bitteschön? Ich bin der Zett oben. Haben wir doch stoppt. Ich hab keine Chance gegen die. Gegen wen? Der Phantom Assassin. Achso. Aber du, der Zett Mist. Aber die schafft mich selbst auch nicht. Weil wir sind irgendwie die Gegensätze von allen. So geil. Nur, dass sie nicht regenerieren kann. Ach cool. Mit dem Armreif hab ich einfach mal so... Mit dem Armreif war ich plus, wenn ich mal im Uiti bin. Ach, das... Ach, das... Ach, du, das... Das, das, das Ding. Also, oben wird nie fallen. Ihr müsst einfach nur das andere machen. Ne, ich komm jetzt nach oben. Pass auf. Äh, San King, äh... So, da. Ich bin tot. Armreif. Ah, ich hab ihn weggenommen. Ich hätte mein Uiti einfach aktivieren müssen. Wird's geil. Aber hier kann man einfach übelcheaten. San King bleibt einfach stehen. Ich mach jetzt echt Licht an, ey. Seien die schon abends? Äh. Äh, übelst nicht. Äh, übelst nur. Äh, übelst halb vier. Ja, weil jetzt so dunkel wird gerade da rum. Ja. Das ist schon abends. Vorher ist auch bestanden. Oh, Radiance ist cool. Das nehm ich gleich. Hier, noch mehr Kohle. Radiance? Äh, ihr kriegt doch übelst Kohle immer pro Kill in so'n Chess. Ach, stimmt, ja. Oh. Da geht's ab. Wo? Oh, unten. Alles. Ey, was? Heidi nennt das hier oben? Ich weiß ja nicht, was die machen soll. Schafft ihr nicht? Oh, du. Er könnte, ihr könntet ihn übelst alles schaffen. Oh, ich glaube, in sein Ulti rein. Bruch Geld. Er bleibt stehen. Oh, scheiße. Scheiße. Er hat zusammensterben. Wenn er mich vorbeihelassen hätte. Wenn er dich jetzt wähle, wir haben ja einen. Ah. Der Baum lebt. Nee. Hä? Ich bin schaum. Alles normal. Ich brauche nur 3.800. Was? Um mir Radiance zu machen. Ey, das mag ich mir jetzt echt. Ich muss nur ein bisschen farben. Mit dem Ding. Ich glaube, endlich so wenig leben. Hast du schon 1000? Wie 1000? 1000 Leben. Ja, lange. Okay. Doom. Es ist sicher, dass er stirbt. Er hat den Ding gezielt. So eine Kackzau. Ich muss mich erst mal weggehen und das verkraften. Ich habe Sunking gemacht, du brimmst. Oh, das ist doch. Hm. Da siehst du es. Da siehst du es. Die sind alle so schlechte Verlierer einfach nur. Übelst schlecht, ey. Die sind halt nicht die Besten. Die wir. Oh, Mama. Der arme Reif ist ja immer mal Übelcheater. Sie ist geil. Oh, ich mache Minus. Ich muss weit weg. Hm. Ich mach die jetzt. Ja. Wer wandert? Phantom Assession. Also jetzt doch machbar. Ah, nur weil es ein Risiko gemacht hat. Ich will mich aber übel schaffen können. Die ist übelst mächtig. Bleib jetzt nicht auf dem Turm. Schon wieder zwei Level ab. Die schenken mir immer übelst viele Levels. Ich hab gleich meine 3.800. Ich hab schon wieder meine OIT. Ich hab schon wieder meine OIT. Ah, das X. Ich hab schon wieder meine OIT. 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 Oh, was? Oh, was? Ja, natürlich. Mein Cheaterarmreif. Oh, 2er-P. Ich hab schon wieder meine OIT. Ich hab schon wieder meine OIT. Englisch. Nein. Englisch. Dann brauche ich noch 1359 Radiants. Dann läuft alles übelst gut. Ich habe 1024. Ich suche jetzt schon 23 Minuten circa nach einem bestimmten Creep. Sand King läuft an mir. Ja, habt ihr gesehen? Das war das bitteschön. Das habe ich gesehen. Hier wird es richtig schlecht. Oh, wie ist da? Ich wollte gerade meine Rede halten. Also, wo war ich? Ich suche jetzt schon 23 Minuten nach einem Creep. Jetzt habe ich ihn gefunden. Rechne ich nur auf den Tiger-Löwner? Ja. Ja. Ich kann endlich Quits machen. Und... Alle Männer und Gämon kriegen bereits ein bisschen mehr Charme. Angriffsschuh. Ah, das war so übelst schlecht. Geht einfach an mir. Nein, den schaffst du nicht. Ich habe meinen Arm reif und mein Ulti. Das läuft wie witz. Ah, ne, oder auch nicht. wo muss ich... Jetzt muss ichre meinen Überlebens-Künst, hier beweisen. Ah, ich sterbe. Wirklich? Da hat mir, Riner. Ach, mach nicht. Machx. Ha 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 ha. Fress ihn. Ah du das, kein Warner. Den hast dufinаций beim mit dir. Geht weg. Einfach weg laufen. Dein Top-Tower ist unter Attacken. Obwohl sie ein sehr guter Level sind. Mit Rennern sogar höchstes Level. Sein King ist Level 8. Ok. Ich habe nur gesehen. Das ist geil. Er kann mir nicht erzählen, dass er mich nicht gesehen hat. Dein Top-Tower hat geflogen. Ich habe echt Angst vor meinem komischen Säureteil. Das ist hier. Vier. Ja, ich gehe hoch. Ach, was ist denn? Vier gegen Einer. 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 Hat der Free? Jo. Er hat den Top-Tower. Fick den Ski. Fick den Ski. Entschuldigung. Wann? 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 Äh, der Lane Radiance. Ich würde gerade doomen. Wäre ja ein schöner Fehler gewesen. Oh ja. Das war so klar. Siehst du, das doomen hat etwas kaputt gemacht. Oh. Ja, jetzt denke ich schon wieder raus. Wir sind klein bisschen. Pandemuses macht mich nicht. Oh, bitte mach mich. Oh, hallo? Ja. Oh, hallo, Sand King. Mann, er dauert zu lange bis in die nächsten Creeps raus. Hey, Sand King ist ein Arsch. Ja, wollte ich mich gerade machen. Siehst du, wie viel er mich abgezogen hat? Da ist er schon wieder. Das ist ein Schuss. Oh, hallo, hallo, hallo! Ja, hallo, 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 hallo! Was ist das denn los? Statt 800, wird immer 1050 Leben. Äh, 1500, 1600. Hau auf wieder so eine schnelle Runde. Verpiss dich. Das heißt, der war so eine schnelle Runde ist noch lange nicht vorbei. Wir können alle nur reizen. Ja, das stimmt. Oh, ich explodiere. Oh, ich hab mein Ding aktiviert. Die ganze Zeit. Was ist das denn? Ah, ich hab verjessen eine Minute, die sind immer auch. Mach Sand King. Ja, zumal ich Sand King. Was kann man sich noch so geiles kaufen? Oh, ich kann mir endlich was kaufen. Nützt hat auch nichts mehr. Nein, 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 ich will noch was kaufen. Warum? Einfach so. Ah, niemand kann weitermachen. Oh, ich bin cool. Hier müssen wir alle fünf raussehen. Reconnect oder was? Ne, ich träg einfach gerade F9 wie so einen Spacken. Mach mal. Mach mal eine Pause. Dann fahre ich es noch mal. Ich drück die ganze Zeit. Ich drück die ganze Zeit. Ja, doch. Behindert oder so? Einfach nur. Und wie eine Minute warten. Ein viel Leben hat er noch? 13. Ein Kühl muss den nur angreifen. Was machen wir denn wohl? Wo bin ich denn? Hä, wo bin ich? Ah, ich bin tot. Ich drück so ernsthaft drauf. Alter. Ich hasse es einfach. Dumm. Vor allem, er fliegt im Spiel tausendmal raus. Und niemand macht Pause. Oh ja. Schlägst du gerade zu? Oder hol ich sie gerade aus? Ich schlage gerade. Geht doch. Was? Ich habe ein Zeichwort gefunden. 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 Oh, Sand King hat einen Schuh und einen Blinkdecker. Ja, Sand King war ja nicht drin. Ja, klar. Ja, ich dachte, er wäre rausgegangen. Ich meine seine Items. Ach so. Das war so gut. Jetzt willst du erstmal was zu essen machen? Ah, ich denke, ich mache mir erstmal was zu essen. Na gut. Nachher noch eine Runde Dingensen. Nee. Naja. Ja. Ja, mal gucken. Jo. Ja, dann. Ja, schau es dann her. Ja. Ja, nicht auf der Aufnahme. Ja. E-, dann. Bis nachher. Ja, tschau. Tschau.